Hey Franky, mach jetzt keine Filme mit mir, rede mit mir wie ein Mann und stehe mit mir ein Mann, ok? Also, bleib doch da! Sag jetzt! Wo ist dein WLAN-Router? Geh doch da in die Nähe hin! Mein WLAN-Router ist vor mir, Junge, mein WLAN-Router ist vor mir! Was stimmt mit dir nicht? Ich hab gutes WLAN, Digga, alles ist gutes WLAN! Ja, dann mach doch die ganzen Flutschi-Flutschi-Filme alle aus! Mach mal bitte WLAN aus, mach mal bitte WLAN aus, bitte! Mach mal WLAN aus! Oh, mein Hinn geboren ist! Hier, aus! Aus, ok? Aus! Jetzt wird's mit... Ok, ok, ist es aus jetzt? Ist das besser für dich? Es ist zu unserem Wohl von der Gesellschaft. Erzähl, was hast du auf dem Herzen gegeben? Ich bin die mein liebte Dater! Ich bin gleich Franky! Ich bin der etwa muskulöseste Mann aus ganz Diktat! Ich hab eine Brille, sieh aus für Harry Potter, seinen Sohn, und mach irgendwelche kleinen Frauen runter! Was hast du? Was? 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 Komm, du doch krass bist deine krassen Leute! Die seid doch so krass! Alle seid doch krass! Ihr seid doch Coach Franky für Emily! Komm! Erste Runde! Bro, deine Verbindung ist so schwach wie dein Haarwachstum! Meine Verbindung ist gut! Warum lügst du gerade? Warum lügst du? Warum lügst du? Hör mal für deine Verbindung zu! Mach einfach weiter! Okay, also, was hast du auf dem Herzen, damit unsere Familie, unsere Fitness Company dich glücklich machen kann? Ich finde, was auf meinem Herzen liegt, ist einfach ganz genau das! Wenn eine wunderschöne Blume bei dir reinkommt, eine Frau ist das Wunderschöneste, was es auf diesem Universum gibt! Okay, und du dann scheiß über diese Frau redest, ist es nicht sehr schön! Weißt du, das nächste Mal, wenn eine Blume bei mir reinkommt, dann setz dich doch einfach auf die Blume! Hör mal zu! Wenn du verlieren, wenn ich verlieren sollte, ich schlatsch ein Ei auf meinen Kopf! Was machst du? Du hast doch schon ein Ei auf deinem Körper! Also, wir machen was anderes, was du noch nicht kennst! Du bist der Rückbankendgegner, oder was? Für diese ganzen Mädchen! Du bist nicht in der Diskothek, sonst steht eine andere Frau! Ich mach noch nie in der Diskothek! Du bist fehlerfrei, du hast noch nie was im Leben gemacht, du hast gar nichts gemacht, alles gut! Hör zu, hör zu, also magst du nicht meine Community? Ja, dann mach mal Tutu! Ich hasse deine Leute! Genauso, wie ich dich hasse! Und ich liebe es, wenn du verlierst! Das ist das Schönste auf diesem Universum! Aber ich hab dich immer bewund... Aber ich hab deine Murmel und deine Glacze immer bewundert, bevor ich mit TikTok angefangen habe! Hör mal zu, mein 1,60 m kleiner Vollgebahrter, der mächtige Muskulöser Harry Potter! Hör mal ganz genau zu! Okay? Du bist Harry, ich bin Lord Voldemort! Damit wir so hören auf zu schmatzen, bitte! Dankeschön! Okay? Wenn du hier was sagst, du hast jede Frau vernünftig zu behandeln! Hast du mich erstanden? Du hast jede Frau vernünftig zu behandeln! Jede Frau hat die gleich gerechtfertigung wie ein Mann! Hast du mich erstanden? Du lest doch in der Bauschleiter, hast du mich erstanden? Wenn eine Frau bei dir reinkommt und dich ganz normal fragt, was ihre Fitnessfrage ist, dann hast du es zu beantworten! Hast du mich erstanden? Eine Frau ist nur ein Mann! Okay, und was wenn sie 180 kg schwer ist und bei der AfD ist? Okay, was ist wenn der Mann 180 kg schwer ist und bei der AfD ist? Bleiben wir bitte bei der Rothaare! Immer die Frau! Sei doch mal kurz ruhig! Bleiben wir bei der Roswitha mit den roten Haaren und mit ihrem Helm und drei Kinderfahrrad für 14.000 Euro! Die nur darauf wartet, dass ein Ausländer vor dem Fahrrad kommt, ja? Sag mir mal bitte, was ist mit dieser Frau, die sofort Abschiebung schreit, nur weil sie einen ausländischen Fuß überfahren hat? Was ist mir ganz gut? Eines Räser, anders gefragt! Die hier so ein Anker, die hier so ein Anker-Tatur hat! Die hier so ein Anker-Tatur hat! Okay, was ist mit den Männern? Die sagen, Anne, Mama, ich will eine Jungfrau, ich will dies! Wenn eine Frau das gemacht, ich will sie nicht! Aber ihr Männer dürft machen! Ah, du setzt dich nicht! Egal! Dann bist du ein Player, wenn der Mann macht, ne? Aber wenn die Frau macht, die Frau ist direkt so eine! Die Frau macht direkt so hoch! Direkt so hoch! Direkt so hoch! Direkt so macht die Frau! Hä? Ihr seid alle gleich! Alle gleich, dass du nicht verstanden? Ihr seid alle gleich! Wie Mann und wie Frau! Rede nicht so viel! Wenn eine Frau reinkommt, hast du mit Respekt zu reden! Wenn ein Mann bleibt! Also hast du auch die Tage oder was? Wir lieben nicht, wenn der Stein zeigt! Das möchte ich dir damit sagen! Also hast du die Tage! Also blutest du aus deinem Gött! Nein, tu ich nicht! Okay, gut! Dann verwandel du dich doch in eine Frau! Wie willst du denn? Ja! Also! Wir spielen! Also hör zu! Willst du gegen meine Community ein Match machen? Hä? Komm! Okay, wir spielen um einen Falken! Der Gewinner kriegt einen Falken von dem anderen! Spielst du eigentlich nur mit... Eine Frage! Spielst du nur um Geld? Das... Ein Falke ist irgend so ein Märchendingsbums, das da rüber geflogen kommt! Okay! Weißt du was wir machen? Ja! Erste Runde! Wir spielen um den Falken! 100%! Ja! Ich... Soll mir keine Haare wachsen! Nicht mal nie wieder Haare wachsen! Was auch sowieso nicht passieren wird! Aber soll mir Haare wachsen! Erste Runde möchte ich einfach ganz normal! Dass du dich entschuldigst bei allen, denen du Unrecht getan hast! Wenn du... Wenn du gewinnst! Und Falke! Wir spielen noch zwei Runden! Nein, nein, nein! Wir spielen erstmal eine! Um Falke... Eine Strafe! Nicht zwei! Nicht gierig sein! Hä? Nicht gierig sein, mein Junge! Also... Wenn du verlierst, dann sagst du... Count Frankie... Du bist viel, viel zu... Viel zu, viel zu weich! Du musst härter werden! Und Frauen haben nichts zu melden! Genau das sagst du dann! Und du sagst... Ich entschuldige mich bei jeder Frau... Jede Frau hat die Clash... Okay! Der Mann! Okay, komm! Okay, komm! Plus Falken! Plus Falken! Zwei können wir danach spielen! Zweite Runde! Nein, 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 nein! Ey, du gieriger! Was ist gerade mit dir? Zwei Runde spielen! Danke! Ey, du könntest du auch nicht spielen! Mir ist das egal! Also jetzt komm! Erste Runde! Du hast kein Geld! Also! Pfff! Ich hab kein Geld! Okay, spiel mal mit Falken! Danach! Da... Komm! Derjenige geht sofort raus! Und schickt drüber! Okay, komm! Ja! Sonst... Sonst Bro! Warte mal, warte mal! Was spielen wir jetzt? Warte mal kurz! Hey! Um 10k! Um 10k! Um einen Falken! Er hört mir gerade... Leute, er hört mir gerade nicht zu! Hörst du mir gerade zu, was ich gerade meine? Nein! Gleich von Anfang an! Volles Rohr! Okay! Wir machen das anders! Komm, komm! Weil du jetzt zwei Straßen in einer Runde machen möchtest! Ja! Erste Runde entschuldigen! Plus ein Babylöwe! Zweite Runde um Falken! Nein, nein, nein! Falke ist das Wenigste, was wir spielen können! Falke und Entschuldigung!